Der gestrige Vorspeisentag war für mich einfach nur schön, weil alle Kandidaten, finde ich, wirklich gut gekocht haben und auch so mit Pfiff und einfach Dinge auch, die man vielleicht mal nicht so oft sieht, wie dieser Croque Madame auf diese Art und Weise, wie Sabrina ihn gemacht hat. Also zu meinem Gericht kam, war die Anspannung natürlich am größten, das ist ja logisch. Und das war dann so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und als er dann das Ding aufmacht und mal so geguckt hat, ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat er es im Mund genommen und so, hm. Und ich so, okay. Ja, eine große Favoritin für mich, weil sie war zweimal erster, sehr aufwendige Gerichte, ganz toll. Es war eigentlich schade, dass das Curry von Hans so aufgrund der Zeit daneben gegangen ist. Ich glaube, die Anspannung war heute nicht so hoch wie gestern und das war nachteilig. Und als ich das Brot in die Pfanne gelegt habe, habe ich gemerkt, wie die Zeit ausgegangen ist. Ja, aber wenn man ein Brot zu machen in diese 35 Minuten, also muss ich sagen, Chapeau. Schade, zweiter Tag, aber ich war zumindest zweimal dabei und das war es jetzt. Heute ist ja Mittwoch, Motto-Tag. Der gestrige Vorspeisentag war für mich einfach nur schön, weil alle Kandidaten, finde ich, wirklich gut gekocht haben und auch so mit Pfiff und einfach Dinge auch, die man vielleicht mal nicht so oft sieht, wie dieser Croque Madame auf diese Art und Weise, wie Sabrina ihn gemacht hat. Als er zu meinem Gericht kam, war die Anspannung natürlich am größten, das ist ja logisch. Und das war dann so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und als er dann das Ding aufmacht und mal so geguckt hat, ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat er es in den Mund genommen und so, hm. Und ich so, okay. Ja, eine große Favoritin für mich, weil sie war zweimal erster. Sehr aufwendige Gerichte, ganz toll. Es war eigentlich schade, dass das Curry von Hans so aufgrund der Zeit daneben gegangen ist. Ich glaube, die Anspannung war heute nicht so hoch wie gestern und das war nachteilig. Und als ich das Brot in die Pfanne gelegt habe, habe ich gemerkt, wie die Zeit ausgegangen ist. Ja, aber man hat Brot zu mochen in diese 35 Minuten, also muss ich sagen, Chapeau. Schade, zweiter Tag, aber ich war zumindest zweimal dabei und das war es jetzt. Heute ist ja Mittwoch, Motto-Tag, Thema Fisch. Ich angel mir jetzt mal was hier. Daumen drücken. Sabrina ist, ich finde, eine fantastische Köchin, eine Soul-Köchin, so möchte ich sie nennen. Ich glaube, sie wird ein bisschen in Schwierigkeiten kommen, wenn es mal anders wird, das Produkt irgendwie anders ist, anders aussieht. Das ist eine große Schwäche. Marcel, ja, toller Fisch. Vielleicht. Auch ein toller Handwerker, muss man sagen. Da merkt man einfach, dass er da sehr sportlich dran geht und sich viel mit der Materie kochen beschäftigt hat. Danke. Ich weiß nicht, ob er mit Fisch gut umgehen kann. Mal schauen. Nee. Die Madeleine, ja, würzen kann die ganz fantastisch. Passt ja so zu mir, also. Na, sie sagte mir, dass sie am liebsten in der Pfanne gart und das eigentlich nicht so oft macht, Dinge in den Ofen zu schieben. Ähm, was sag ich denn jetzt drauf? Ja, liebe Zuschauer, heute geht es um Fisch und ich würde Ihnen raten, gut zuzuhören, denn diese eine Stunde Küchenschlacht ersetzt ein ganzes Semester Meeresbiologie. Und ich bin sehr gespannt, wer die Angel am besten auswirft. Auf die Fische. Fertig. Los. Auf die Fische. Und herzlich willkommen zur Küchenschlacht, Ladies und Gentleman. Die Stimmung ist wieder überschäumend. Das freut mich und meine Kandidaten natürlich sehr. Heute heißt es schon, aus drei macht zwei, denn morgen ist schon das Finale. Deshalb sage ich, an die Töpfe, fertig und los geht's. Bisschen Angst, der zerpflückt ja immer, ja, da ist zu viel Salz drin, also der ist ja auch so, finde ich, pingeliger. Also ich hoffe natürlich, dass er das einfach isst, sagt, schmeckt gut, iss weiter, ne. So, das reicht schon. Und ja, ich stehe hier neben jemanden, den ich am liebsten einstellen würde, weil er hat hier in den, also als Koch, ich glaube, eine Ausbildung muss er schon fast gar nicht mehr machen, weil er hat hier in den letzten Tagen wirklich Teller hingelegt. Da kann man nur so mit den Ohren schlackern. Ich heiße ihn herzlich willkommen, Marcel. Ihr habt mir alle erzählt, dass ihr heute, dass ihr heute extrem nervös seid bei dem Motto Tag Fisch. Da denke ich mal, da muss man euch einfach mal aufbauen. Ja, kann nicht schaden. Ja, bist du, warum bist du nervös heute? Ja, es gibt viele Komponenten bei mir, die ich heute zu machen habe, den Adlerfisch, ein ganz besonderer, nicht so bekannter Fisch vielleicht für viele. Absolut, ja, genau, erklär mal, was gibt es bei dir heute? Also mir gibt es einen Adlerfisch, der wird angebraten, dann habe ich ein ganz besonderes Salz dafür, das ist ein Vanille, Chili, Salz, die schärfe ein bisschen hat, aber auch das Salz noch dazu. Dann habe ich ein Madagaskar Vanillepüree, um die Süße wieder zu bringen. Dann habe ich den Queller, der wird ein bisschen, der ist sehr salzig, da kommt ein bisschen Schärfe dazu und ein bisschen Süße, aber ein wenig Säure noch, diese Balance zu finden. Und dann mache ich das Ganze aufregend, das kannst du nachher mal vorbeikommen. Dann mache ich einen Korallenship und der brutzelt so schön der Pfanne und es gibt dann so das Deko-Element. Und der Abschluss ist hier mein Riesling mit der, da kommt es hier mal Falz wieder, mit Safran und es gibt meine Safran-Sahnesauce. Was soll man da noch sagen? Was soll man da noch sagen? Da können wir uns nur den Teller noch anschauen hier. Da sieht man den Korallenship schon so ein bisschen. Die vielen Zutaten, die du hast, schreien auf jeden Fall danach, dass ich gleich nochmal komme und du ein bisschen was erklärst auch zu seinen Arbeitsvorgängen. Aber ich finde, das hört sich schon alles sehr professionell und fachmännisch an. Dankeschön dafür. Danke. Ja, mein Lieber. Meine nächste Kandidatin ist nicht weniger talentiert, hat vor allem, finde ich, große Stärken beim Abschmecken. Also das war immer alles sehr, sehr lecker, was die liebe Madeleine da gemacht hat. Und sie sagt auch, dass Fisch und Fleisch braten eine ganz große Stärke ist. Kommt ihr heute wahrscheinlich zugute. Herzlich willkommen, Madeleine. Ja, danke. Wie siehst du das Thema heute? Also ich finde es ganz gut, nur dass ich ja heute meinen Fisch nicht brate oder mein Fleisch, sondern den Fisch in den Ofen schiebe. Ja, das ist zum ersten Mal, ne? Das ist so ein bisschen nicht dein Thema eigentlich im Ofen. Das ist nicht so mein Steckenpferd, aber ich wollte ja auch eine Herausforderung zur dritten Show dann haben und deswegen... Erklär mal, du brätst immer in der Pfanne oder wie ist das? Ja, das ist irgendwie so, da bin ich schon routiniert, wenn man das so sagen kann. Wahrscheinlich, weil du siehst vor dir und das so ein bisschen... Genau, da fühlt man sich irgendwie besser, als wenn dann was weit weg ist, so, ne? Das vermisst man dann so. Das heißt, du hast noch nie einen Fisch im Ofen gegart, oder? Doch, dann zum Probekochen. Ich fand das Gericht ganz gut. Ach, da hast du es gemacht? Ja, warte mal, ja. Dann erzähl mal, was es gibt. Ja, und es gibt bei mir heute Rotbarsch mit einer Tomatenkruste und dazu reiche ich eine karamellisierte Zitrone mit Kartoffelmöhrenstampf. Auch noch, wow. Ja. Ja, deswegen auch. Schöner Teller auch. Schön angerichtet. Jetzt hast du eine Beilage, jetzt hast du einen Fisch, du hast das Gemüse in Form von so Tomaten obendrauf, ne? Richtig. Ich würde jetzt vielleicht sagen, gibt es irgendwie auch eine Soße oder so dazu, oder? Also ich hoffe, da ist noch ein bisschen Soße bei und ich habe jetzt nicht nur den Fisch mit der Tomatenkruste und den Kartoffelkarottenstampf. Ne? Ein bisschen Soße, wäre ganz nett. Also ich habe ja wie gesagt Probe gekocht und es war... Es war schlotzig genug, dass du sagst, man braucht keine Soße dazu. Ja. Die Zitrone reicht vollkommen aus, um das noch ein bisschen so, ne? Spritzig zu machen. Spritzig zu machen. Richtig. Ich habe verstanden, wenn du es für dich so entscheidest. Ich wollte es dir nur noch mal mit an die Hand geben. Aber dein Selbstbewusstsein steht für dich, behalte dir das bei, dann klappt es auch weiterhin. Großartig. Und ja, auch die liebe Sabrina hat hier bisher einen glatten Durchmarsch hingelegt. Ich bin sehr gespannt auf ihre sehr außergewöhnliche Kreation heute. Großen Applaus für Sabrina. Sabrina, wie fühlst du dich heute beim Thema Fisch? Fisch ist super, finde ich gut. Findest du gut? Ja. Okay, und wie findest du dein Gericht bzw. was gibt es bei dir erstmal? Es gibt ein Fischküchlein, von dem ich nicht weiß, wie es werden wird. Das ist eine Eigenkreation und ich bin gespannt. Aber du hast es schon mal gemacht, oder? Ja, viermal. Also auch schon Probe gekocht? Ja. Ich weiß nicht, ob wir da ein Bild davon haben. Ich schau mal, was die Redaktion sagt. Müssten wir haben. Ja, da gibt es auch eins. Okay, aber dann ist es ja nicht so ein Blindflug eigentlich, oder? Das sieht sehr schön aus, finde ich. Ja, das Ergebnis war viermal unterschiedlich. Okay. Also heute kommt das Fünfte. Was heißt denn, viermal unterschiedlich gut oder immer gleich gut, also immer gut trotzdem? Also die Schwierigkeit ist, dass das Küchle durch ist und der Fisch trotz allem noch glasig ist. Ich werde den Fisch nicht in eine Farce verarbeiten, sondern in Stücke, mit denen diese Teigmasse geben. Heute ist das Thema Fisch und ich mache eine Backstunde und deshalb hoffe ich, dass, wenn es mit Teig ist, möglichst wenig Teig und viel Kabeljau auf dem Teller ist. Du hast dich wieder für einen Kabeljau entschieden. Warum für einen Kabeljau? Ich liebe Kabeljau. Ich finde, Kabeljau ist einer der besten Fische. Und er ist schön fest, er ist schmackhaft, er, ja, ich mag ihn einfach gerne. Also, dass du ihn liebst, hat der jetzt bestimmt gehört. Ich hoffe es nicht. Und deshalb wird er extra gut. Oh, ich hoffe es nicht. Gibt es hier schon die erste Verletzung oder was? Ja, sozusagen. Gepiekt. Hast du mit dem Adler gekämpft, damit er dir den Fisch abgibt? Sozusagen, ja. Leider mit dem Messer. Ja, aber es ist doch eine fachkundige Betreuung hier. Ich wollte nur bedient werden. Ja, ja, alles gut, alles gut. Vielen Dank. Kannst du mir gerade helfen? Ich habe ein bisschen fettige Finger. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Ich habe von dir gelernt. Ja? So, komm, einmal den Handschuh drüber und dann Kämpfer. So, machen wir weiter, ne? Aber richtig viel ist noch nicht passiert. Deine Kartoffeln hast du aufgesetzt? Ja. Direkt schon mit Safran, oder wie? Ne, das ist leider mit reingefallen ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Das macht nichts. Nobel geht die Welt zugrunde hier, ne? Das macht nichts. Kartoffeln schon mit Safran kochen, willkommen in der Küchenschlacht, ne? Läuft bei Ihnen. Und hier? Gibt es hier schon ein bisschen was? Nö. Ich habe jetzt überlegt, doch jetzt erst den Stampf zu machen. Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz schlaue Entscheidung. Also eigentlich musst du ja alles gleichzeitig machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Fisch braucht eine Weile, ne? Aber du bist ja gerade junge Mutter geworden, ne? Ja. Da müsstest du das doch gewohnt sein, alles gleichzeitig zu machen. Ja, tatsächlich. Ich mache wirklich einen ganzen Tag alles gleichzeitig. Und du kochst ja auch noch, ne? Frisch auch noch, ne? Ja. Respekt. Ja, doch. Applaus Warum hast du dir denn eigentlich einen Rotbarsch ausgesucht? Ja. Keine Ahnung. Ja, ist mal was anderes. Na, gestern hatte ich Kabeljau und heute Rotbarsch. Ich wollte einen festen Fisch. Das sollte ja schon mal feststehen, weil so eine Kruste und so, wenn das dann so zerfällt, ja, dann finde ich das ein bisschen, kann man das nicht so schön auf dem Teller. Ja. Und ich denke, Rotbarsch ist ein bisschen fester, wie so beispielsweise Kabeljau. Der zerfällt ja doch, wenn er schon, ne? Ja, Kabeljau ist immer so eine Sache. Ja, es ist auf jeden Fall eine Erklärung, die ich stehen lasse. Ja, ne? Bei mir gibt es öfters keinen Grund, wenn ich was mache. Das ist dann halt einfach so. Hauptsache ist es lecker am Ende des Tages, ne? Richtig, ja. Das Fischküchle finde ich besonders spannend. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe mich mal ganz kurz in dein Rezept eingelesen, aber so richtig verstanden habe ich es nicht, ehrlich gesagt. Das ist schlecht. Erklär mal, wie macht man ein Fischküchle à la Sabrina? Also es ist, ich koche Kartoffeln, die nicht ganz durch, so und dann presse ich die durch, damit die aber noch ein bisschen roh sind. Ich mache aber keine, wie nennt man das? Ich raspel die nicht, sondern ich presse die durch die Presse. Ja, okay. Dann mische ich das mit den Zwiebeln und dem Lauch zusammen, ein bisschen Chili, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Dann werden Eier drunter gehoben, damit die Masse bindet, ein bisschen Eischnee, damit es fluffig wird. Dann kommt der Fisch rein, Zitronenabrieb und das Ganze wird dann so eine Art Muffin. Okay, in so Förmchen aufgebacken? Ja, richtig. In den kleinen Förmchen wird es dann gebacken, wie in so einer klassischen Muffinform. Und Ziel, wie gesagt, wäre, dass der Teig durch ist und der Fisch im besten Fall klassisch oder nicht trocken. Jetzt habe ich es wirklich komplett verstanden und jetzt weiß ich auch, warum es so schwierig ist. Und dazu gibt es eine selbstgemachte Kapernmayonnaise. Oh. Und ein Spinatsalau. So, jetzt schauen wir mal hier, Rotbarsch, ordentliche Portionen. Denkt dran, der Christoph Rüffer ist ein Gourmet. Ich bin Hausfrau. Du bist Hausfrau. Und was für eine. Eine ganz schön freche Hausfrau, muss ich sagen. Ja, mein Freund kennt das, es gibt nur große Portionen, da gibt es nichts Kleines. Okay. Da muss ja auch satt werden. Ich auch. Ja, aber zu Hause essen ist ja, finde ich, immer noch mal ein bisschen was anderes als in der Küchenschlacht bei einem Wettbewerb kochen, oder? Ja, durchaus. Zu Hause richtet man meistens alles in Schüsseln an. Also bei mir sieht es schon immer schön aus. Ach, du richtest auf Tellern an zu Hause, oder was? Ja, natürlich. Das ist aber schön. Und sonst, also auf Schüsseln. Das heißt Restaurant Madeleine, oder was? Ja, natürlich. Da will man ja glatt mal eingeladen werden, Madeleine. Na, ich sage, du wirst ja mein neuer Stalker. Stehst dann wahrscheinlich vor meiner Haustür und willst was zu essen. Das kann. Und dann bist du erst mal enttäuscht. Das, also, jetzt hab ich mal einen Aussetzer. Ich weiß nicht, wie der Mixer angeht. Wie der Mixer angeht? Welchen Mixer brauchst du? Den hier. Im besten Fall. Ja. Also der Stecker steckt, oder? Oh nein! Jetzt wollte ich dir einen Zaubertrick zeigen, aber du hast es selber gemerkt. Genau. Ja. Stecker einstecken. Hilft immer. Wunderbar. Dann geht der Mixer auch an. Jawohl. So. Marcel, ich hab bei dir heute das Gefühl, dass du ein bisschen in der Scheiße bist. Oder jetzt hat es sich wieder beruhigt? Es hat sich wieder beruhigt. Okay. Ich will die Kartoffeln kochen. Ja. Der ist auch Franzit. Mhm. Die Farbe für den Korallenchip ist gemacht. Was ist denn ein Korallenchip? Da bin ich mal gespannt. Was ist denn ein Korallenchip? Was könnte ein Korallenchip sein? Schauen wir mal auf die Masse hier. Genau. Die ist so leicht grünlich. Wie hast du die grünen bekommen? Ich hab Lebensmittelfarbe hier. Hab den Pflanzenkohlenstoff. Der hat sich den ganz gelöst. Aber das ist nicht schlimm. Das passiert dann durch den... Pflanzenkohlenstoff? Ja. Wow. Den Farbstoff von den schwarzen. Okay. Das ist ein natürlicheres Grün. Du kriegst nicht so ein künstliches. Damit es halt wie eine echte Koralle aussieht. Ja. Und Mehl. 20 Gramm. 150 Millimeter Wasser. 100 Millimeter Öl. Dann kommt es hier rein. Relativ heiß. Das brutzelt vor sich hin. Bisschen Ölabgießen zwischendrin. Und später gibt es einen schönen Chip. Cool. Der sieht auch ein bisschen wie eine Koralle. Woher hast du solche Ideen? Woher hast du sowas? Ja, da muss ich eigentlich jemanden grüßen, weil sie mich da inspiriert hat. Die Ann-Kathrin Gilmeister. Eine tolle Köchin. Okay. Wo gibt's die? Wo ist die? Die ist in Mannheim. Also eine professionelle Köchin wahrscheinlich. Die ist angestellt, aber eine professionelle Köchin. Eine gute Freundin. Habe ich über das Kochbuch kennengelernt. Und daher haben wir das zusammen gemacht. Und die hat mir ein paar Tipps gegeben. Und das war so eine Idee von ihrem Anrichten. Weil Anrichten auch nicht 100% immer meins war. Ja. Und da aber auch so ein Bissgipsel salzig. Du kannst es auch essen. Es macht auch Spaß. Es passt dazu. Schön. Ich merke, dass du viele gute Leute um dich herum hast. Und das Kochen bei dir ja auch nicht so ganz von ungefähr kommt. Ich glaube die Großeltern hatten schon Metzgerei und Catering. Ja. Und für die bist du irgendwie auch angetreten. So wie ich das verstehe. Also wenn der Große dann schauen das natürlich jeden Tag. Beide. In Bingen und in Worms. Liebe Oma Gisela. Liebe Opa Peter. Gisela, Peter. Guter Junge. Und ja, die schauen das gerne. Natürlich mögen dich auch gerne. Deswegen müssen wir noch ein Selfie später machen. Und das ist schön, macht Spaß. Aber das Kochen ist auch die Leidenschaft und die Liebe eben dazu. Und das auf den Teller zu bringen. Warum sind denn Gisela und Peter nicht hier? Ja, mein Opa ist ein bisschen krank. Der kann nicht so weit fahren. Und meine Oma muss bei ihm sein. Deswegen schauen sie dann zu. Ansonsten hätte ich gesagt, können sie sich auch bewerben und hier mitkochen. Die Oma bestimmt gerne. Also, haben wir es doch schon. Eine haben wir wieder. Marcel. Sagst du mir Bescheid, geht die Koralle jetzt rein oder was? Ja. Dann bleibe ich natürlich da. Also du gießt es jetzt einfach rein. Genau, das wird jetzt reingegossen. Kalte Pfanne aber, ne? Ne, ne. Leicht heiß, also mittel heiß. Ja. Jetzt ist das bisschen zu dick. Und dann sollte es dann gleich anfangen, wenn die Hitze mehr kommt, zu brutzeln. Ja, okay. Da rufe ich dich vielleicht noch ganz schöner aus, weil es sieht aus wie ein Brei. Ja, sagst du Bescheid. Ja. Mach ich. Spannend, was hier alles passiert. So. Und? Madeleine? Ja? Meine fleißige Hausfrau. Ja, Nessen. Wo hast denn du deine Rezepte immer so her? Ach, ich bin Spontankocher. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Also ich hasse es ja auch nach Rezepten zu kochen, deswegen fiel mir das ja ja eigentlich so schwer. Man muss ja erstmal Rezepte einreichen und so. Und ich kann das nicht. Da kenn ich noch jemand. Deine Nachbarin, die hat auch keine Lust nach Rezepten zu kochen. Ich hab zwar hier, ne? Ich hab zwar hier, aber das ist auch nur für den allerhöchsten Notfall, dass ich da... Ja, das muss man nochmal lobend erwähnen, dass Madeleine alle ihre Rezepturen laminiert hat und fein säubelig hier neben sich liegen hat, dass man die schön abwischen kann. Also richtige Ordnung, richtig akribisches Arbeiten. Aber ihr seid ja beide so Ordnungsfanatiker, Sabrina, du ja auch. Ja. Wie kommt es dann, dass ihr nicht nach Rezept kochen möchtet? Ich glaub, du hast dich richtig schwer getan, Rezepte einzuschicken, ne? Ich hab mir richtig schwer getan, Rezepte einzuschicken, weil ich keine Rezepte habe. Also ich liebe Kochbücher, ich blätter die gerne durch und lass mich inspirieren. Aber am Ende des Tages mach ich es dann, wie ich es will. Okay, das heißt, du wandelst die dann ab? Genau. Ich finde das gut, weil das ist im Endeffekt genau das, was man eigentlich beim Kochen auch braucht. Dass man halt so einen Leitfaden hat, aber dann versucht zu verstehen, was tatsächlich beim Kochen passiert. Also von daher gar keine schlechte Eigenschaft, meine liebe Sabrina. Das ist so eine Masse, die jetzt wahrscheinlich dann so ein bisschen braun wird. Sieht gut aus. Hast du die Masse noch über? Kann man die mal probieren oder ist es nicht so ratsam? Es ist rohes Ei drin, du kannst die probieren. Sie liegt da drüben. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie sie schmeckt. Ich glaube, ich habe Salz vergessen. Da wir ja nur Ei von glücklichen, gesunden, freilaufenden Hühnern haben, probiere ich die Masse jetzt auch mal im Rohzustand. Ich glaube, ich habe Salz vergessen. Echt jetzt? Ja. Nö, also irgendwo ist schon Salz dabei gewesen. Okay. Zur Not kannst du ja noch mal ein bisschen mehr Salz obendrauf freuen. Auf jeden Fall habe ich den Dill vergessen. Wo habe ich den jetzt hin eben? Wie ist der Dill? Der sollte in die Masse rein oder was? Hast du den versteckelt? Ich doch nicht. Natürlich. Wo soll der denn hin, der Dill? Der sollte in die Masse, jetzt mache ich ihn drüber. Geht schon. Weiß ja keiner, dass der rein soll. Die Damen von heute. Wahnsinn. Das ist der Nachteil, wenn du nicht nach Rezept kochst, Nelson. Ja, 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 ja. Ich merke schon. Marcel, was sagst du hier mit zu den beiden Ladies? Beides super. Ich bin der letzte Mann, also wird schwer gegen zwei Frauen. Was sollst du jetzt auch sagen, ne? Was soll ich jetzt sagen? Ja, ja. Der letzte Mohikaner. Ja, muss man langsam. Deine Koralle reduziert momentan noch, ne? Ja, sie wird nicht ganz so schön wie zu Hause, habe ich festgestellt. Okay. Ja, sie wird trotzdem. Sie täuscht auch in der dunklen Farbe dieses Mal. Ja, okay. Das ist der Ansatz für die Soße, ne? Für die Safransoße. Sie wird nur noch mit Sahne abgegossen, kurz aufgeküchelt. Hier wird dann die Pfanne vorbereitet für den Fisch. Wann legst du deinen Fisch ein? Den Fisch werde ich so ungefähr in zwei, drei Minuten in die Pfanne geben. Okay. Willst du das ganze Stück reinlegen, oder willst du es nochmal vielleicht der Länge nach durchschneiden oder so? Wenn du so sagst, der Länge nach durchschneiden. Ich dachte, ich wäre unauffällig. So, Madeleine, jetzt müssen wir, ich muss ein bisschen Dampf machen. Mach mal Dampf. Der Fisch bei dir ist auch im Ofen jetzt, ne? Der ist links, genau. Ich habe es nochmal hochgestellt. Ich habe einfach nur Schiss, dass die Zeit, ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt schlecht einschätzen. Rotbarsch würde ich in der Pfanne machen. Rotbarsch würde ich in der Pfanne machen. Rotbarsch ist ein dünnes Fischfilet, würde ich in der Pfanne machen. Ganz klar. Geh mal nochmal ganz kurz, ich guck gleich nach deinem Fisch mit dir zusammen. Das ist die Tomaten-Crumble-Masse. Genau. Obendrauf. Wenn du die nochmal eben erklärst. Also da habe ich Semmelbrösel, Parmesan, also geriebenen Parmesan reingemacht, Thymian, Rosmarin, Salz, Pfeffer, aber nicht so viel Salz wegen dem Parmesan und so, ne? Ja. Getrocknete Tomaten und eine frische Fleischtomate. Okay. Und das hast du jetzt einfach so auf den Fisch oben drauf gegeben? Ein bisschen angedrückt, weil das ja doch eine relativ trockene Masse ist. Und der ist jetzt hier in diesen Kukotten drin. Warum hast du zwei Kukotten reingestellt? Eine leere und eine mit Fisch? Weil ich gedacht habe, ich brauche die noch. Weil ich mache ja immer viel, weißt du? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt war zu wenig Fisch übrig und ich wollte die nicht raus, dann hatte ich keine Zeit. Zwei Kukotten, eine ist leer. Ja. Falls man mal keinen Hunger hat, dann gibt's sie. Und dann gibt's noch die volle, ne? Okay. Du hast auf 200 Grad gestellt, ich mache die Tür schnell wieder zu. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Also ich finde das auch sehr schlau von Madeleine, dass sie den Salzgehalt des Parmesans noch so ein bisschen mit eingerechnet hat und dann nicht zu viel Salz dazu gegeben hat. Das ist richtig, richtig kochen. Was machst du jetzt dann noch? Ich mache gerade hier das Dressing für den Spinatsalat. Ah ja. Schön. Und Sabrina, von dir haben wir noch gar nicht so erfahren, was du sonst machst, wenn du nicht kochst. Arbeiten. Das habe ich mir fast gedacht. Ich arbeite in einer Bank und ich bin in einem kleinen Projekt bei uns tätig. Wir schauen quasi, was muss angepasst werden, um am Markt und auch die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Und das konzeptionieren wir und setzen es zusammen mit der IT um. Also sehr techniklastig. Okay. Ja. Deshalb vielleicht auch die Technik beim Kochen oder das Kochen als Ausgleich vielleicht auch. Absolut. Also Kochen ist für mich Yoga. Kochen ist für mich Yoga. Auf jeden Fall. Darf ich den Spruch klauen? Natürlich. Gerne. Ich denke dann an dich. So beim nächsten Mal. Applaus Siehst du, was ich gerade nicht so schön finde? Nee. Was findest du nicht so schön? Ich glaube, ich habe zu viel Milch reingemacht. Das ist dieses Kartoffel-Möhren-Stampf eigentlich, ne? Sollte es sein. Aber warum? Du hast doch gerade gesagt, dass du keine Soße machen willst. Dann ist es doch gar nicht schlecht, wenn er ein bisschen schlotziger ist. Wenn der Stamm fließt und ein halbes Shake kriegt, dann… Naja, komm. Jetzt übertreib mal nicht. Also… Oh, in der Kamera sieht es gut aus. Was heißt der? Der Christoph Rüffer. Der Christoph Rüffer. Wenn der liebe Christoph dann so ein Shake bekommt von Kartoffeln, irgendwas, dann weiß ich nicht. Der Kartoffel-Karotten-Stampf, ja, das ist halt Kartoffel und Karotte gekocht und dann grob eigentlich mit einer Gabel zerdrückt. Das ist ein Stampf. Ja, ich kann auch mit einem Stampfer machen, aber grob. Ich darf den jetzt nicht wie ein feines Püree machen und am besten durch ein Sieb streichen. Das sollte nicht sein. Beim Stampf dürfen Stücke drin sein und der muss lecker sein. Ich finde, es schmeckt momentan noch ein bisschen nach Babybrei, aber… Ah, ja, da bin ich gut drin. Ich finde die Konsistenz, die Konsistenz finde ich gar nicht so schlecht. Es ist einfach nur nicht abgeschmeckt. Nö, das stimmt. Salz, Pfeffer. Und was man wunderbar finde ich beim Stampf auch machen kann. Ein Trick, den ja auch alle Köche benutzen. Immer schön ein bisschen Butter rein. Dann gibt es nochmal so ein bisschen Bauch und so weiter. Und du könntest es jetzt auch nochmal aufstellen. Dann reduziert es noch so ein bisschen. Stimmt. Jetzt muss man da selbstbewusst durch. Ja. Du hast jetzt nur einen Fisch in der Pfanne. Ja. Aber du hast noch ein Stück über. Mach doch beide rein. Und lass die Pfanne ruhig noch ein bisschen… Genau. Die ist nicht heiß richtig. Ist die hochgeschaltet? Die ist zehn. Ich schalte die mal richtig hoch. Das ist wichtig, dass erstmal richtig Hitze da ist, weil sonst fängt er an zu kleben, wie hier. Okay. Hast du gewürzt Salz, Pfeffer drauf? Komm zum Schluss. Also dieses Sonnensalz, wo ich gesagt habe, mit Vanille und Filiz. Ich rate immer dazu, den Fisch wirklich vorher zu würzen. Okay. So machen das auch die Jungs. Vier Minuten habt ihr noch. Das ist die Safransoße. Die ist soweit fertig, ja. Die würde ich gerne mal probieren. Aber hast du ja auch recht spartanisch. Wenig Soße. Das reicht aber nicht. Da gab es Püree ja, weißt du? Das stimmt. Wird die noch mal passiert oder ein bisschen gemischt? Ja, durchs Sieb gelassen. Wenn die Zeit reicht. Also, ja. Schöner Geschmack. Findest du aber gut, wenn du es noch mal raus… Und ist vielleicht nicht ganz so groß geworden, aber ist deutlich erkennbar, der Korallenchip von Marcel ist gelungen. Schöne kleine Deko-Dinger hier. Ich will da ungern rangehen. Kannst du ruhig machen. Ich brauche nicht viel davon. Brauchst nicht viel. Ich möchte es aber nicht zerstören, dein Kunstwerk. Hier sieht man es vielleicht nochmal. Ich lasse es einfach so liegen, aber ich glaube, die Kamera fängt das Ganze ein. Sieht wirklich richtig schick aus. Schöne Deko. Jetzt müssen wir uns aber nochmal konzentrieren. Stäbchen? Also ein Holzstäbchen. Ein Holzstäbchen. Ein Holzstäbchen, ja. Wir haben hier unsere berühmte Schublade links unten. Ach so, hier. Ne. Ne, das sind auch keine. Hier sind so Thermometer. Vielleicht geht das ja auch. Was willst du mit den Holzstäbchen machen? Ich will wissen, ob das einigermaßen durch ist oder ob es entgegenläuft. Ich schaue mal, ob ich noch Holzstäbchen finde. Guck mal, hier habe ich kleine Zahnstocher hätte ich anzubieten. Und so kleine Holzstäbchen. Was brauchst du denn? Ich will nur gucken, ob es noch arg flüssig ist. Ah ja. Okay. Drei Minuten Zeit noch. Und jetzt ist das Ganze ja auch schon ein bisschen braun geworden. Und ist das dann wie bei so einem Rührkuchen, dass wenn noch Teig dran bleibt? Ja. Dann wäre das ja durch, oder? Willst du nicht einfach eins mal stürzen? Du hast doch noch drei Stück. Nimm doch das Hinterste. Nix passiert. Mit mir kann man ein bisschen grober umgehen. Nimm doch das hintere da, guck mal. Das ist das Größte. Ich hätte jetzt eher das Kleine gemacht. Okay, dann nimm das. Wollte ich das Große nehmen? Egal. Nimm irgendeins. Dann stürzen wir das mal raus. Schauen uns das an. Soll ich das jetzt stürzen? Ja. So, oder? Genau. Löst du nochmal mit dem Messer. Geht? Kannst ruhig ein bisschen mehr am Rand entlang fahren, sonst zerstörst du es. Genau. Ah. Geht? Ja, rausgehen tut es schon mal. Jawohl. Und? Schneidest es auf. Durch ist es, oder? Schau mal, wie der Fisch ist. Der ist doch gut, oder? Der ist doch perfekt. Also nehmen wir ihn. War es doch ganz gut, dass wir es rausgenommen haben. Raus damit jetzt. Zack. Auf geht's. Hast du deinen Fisch auch getestet, Madeleine? Ja, ich glaube der ist nicht so schön. Ich glaube der ist nicht so schön. Wir holen den mal raus. Ich glaube wir alle, dass der schön ist, oder? Ja. Also. Du hast ein bisschen Butter nachgeschmissen beim Fischbraten. Bitte? Ja. Noch mal ein bisschen Butter nachgeschmissen. Ohne Spritze Zitrone. Soße ist wenig, aber da. Ist abgesiebt. Richte an bitte. Komm. Fisch sieht toll aus hier. Letzte Minute. Komm. Spinatsalat sieht auch schön aus. Schön mariniert. Mhm. Schön. Auf geht's. Hast du einen Heber? Ja. Dir sonst? Dankeschön. Für den Fisch. Komm Fisch drauf. Jawoll. Komm. Soße drauf. 30 Sekunden noch. Jawoll. Ja. Nicht nach unten halten. Genau. Schön drauf machen. Mach den Fisch hier oben drauf. Ist doch schade sonst. So? Ja, ja. Okay, danke. Komm. Mach dann deine Beko noch ein bisschen dran hier. Auf geht's. 10. 9. 8. 9. 8. 9. 4. 3. Jawoll. 1. Applaus Schön. Ab nach vorne damit. Klasse. Alle in der Zeit fertig geworden. Muss man erst mal schaffen. 35 Minuten waren es nur. Auf geht's. Applaus Ja, Sabrinas Küchlein. Sehr ungewöhnliches Gericht, was ich so noch nie gesehen habe. Aber beim Probieren haben wir festgestellt, dass der Fisch eigentlich gar ist. Wie das Ganze natürlich in Kombination schmeckt, da bin ich gespannt. Ja, beim Madeleines Teller sieht man, dass die Zeit vielleicht nicht mehr ganz dazu gereicht hat, den Teller ganz schön anzurichten. Aber ich glaube, das ist ein Teller, der danach schreit, dass er gut schmeckt. Und das hoffe ich. Ja, Marcel hat einen schönen Teller, finde ich, angerichtet. Da bin ich gespannt, ob der Fisch den richtigen Garpunkt hat und ob das Püree auch gut abgeschmeckt ist. Ja, jetzt habe ich tagelang geangelt und nach guten Fischen getaucht. Ich finde, das hat sich aber richtig gelohnt. Ich hoffe auch für unseren Juror, Christoph Riffer. Überraschungen für mich gibt es sicherlich beim Kabeljauküchlein, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann. Leicht würde ich eher den Rotbarsch vermuten und mein Favorit könnte der Adlerfisch sein. Ich hoffe, der ist es dann auch. Dann fangen wir hier gleich mal mit dem ersten an. Adlerfisch mit Korallenschip, Vanille-Kartoffelpüree, Safran-Weißwaren-Soße und Queller. Hier oben ist der Queller sehr schön. Der ist recht lang. Schau mal. Salzig, hat Biss. Wunderbar. Das einzige ist noch ein bisschen, gleich hier am Anfang. Geht aber noch. Weil, je länger man den lässt, man nimmt eigentlich nur die Spitzen mal. Je länger man lässt, wird der unten holzig. Da hat der hier so ein Stab in der Mitte drin. Und den muss man eigentlich rausnehmen. Beziehungsweise gar nicht verwenden. Hier das Stück. Das kann man leider nicht ganz so gut mitessen. Das ist immer echt hart. Das ist wie ein Thymian-Stiel. Ist jetzt hier ein bisschen dran. Ist jetzt nicht tragisch. Aber die Spitzen so, wäre ein bisschen schöner gewesen. Aber er hat Biss, ist schön salzig und ist nicht verkocht. Wunderbar. Dann haben wir hier den Adlerfisch. Also, sehr schön hier gebraten. Und hier schön mit Gewürzen umgearbeitet. Das sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal, wie er innen ist. Der Adler ist sich ganz zart zerteilen. Und er ist wunderbar gegart, muss ich sagen. Sehr schön gegart. Der schmilzt direkt auf der Zunge. Der Fisch ist sehr, sehr gut. Wunderbar. Phänomenal gut gegart. Sehr schön. Auch mit der Würzung oben genau richtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist sehr, sehr perfekt. Dann haben wir das Vanille-Kartoffelpüree. Das ist auch gut gemacht. Können vielleicht ein bisschen mehr Salz haben. Aber die Vanille kommt sehr schön durch. Das ist sehr gut. Aber das Beste bisher, also der Fisch war schon sehr gut. Aber das Beste bisher ist jetzt hier die Soße, die ich probiere. Warum seid ihr mal so gatzig mit Soße? Tut doch mal Soße drauf. Ich habe schon einen Löffel davon weg gegessen. Du bist aber immer so ein Gierschlund. Du musst mir ein bisschen was für mich überlassen. Aber die Soße ist echt sehr, sehr gut. Mit dem Safran. Schön. Schmeckt sehr gut. Und das ist jetzt der sangenumwurmene Korallenschiff. Habe ich schon gerätselt, wie der funktioniert. Aber es sieht wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Schön gemacht. Und man hat noch was Knuspriges. Da brauche ich überhaupt gar keine knusprige Haut. Weil, das ist ja hier schon schön gemacht. Mh. Fisch ist super. Dann können wir jetzt weiter essen. Wunderbar. Sehr schön. Das Kaviour-Küchlein mit Spinatsalat und Knoblauch-Kaper-Mayonnaise. So. Hier ist alles das Kaviour-Küchlein. Wo ist es denn? Wo ist denn der Fisch? Ja, muss mal da tauchen gehen. Da ist er. Da ist er. Aha. Ja, das ist interessant gemacht, ne? Also da habe ich den Fisch. So zwei Scheiben vom Kabeljau. Und da habe ich den Kuchen quasi drumrum. wäre es hier in der Mitte vielleicht noch nicht ganz so durchgebacken. Mal probieren. Fein. Das ist echt fein. Auf so eine Idee muss man auch erst mal kommen, ne? Ja. Aber im Gesamtgeschmack ist das sehr gut. Oben bisschen Kräuter drauf. Gemüse. So. So. Dann haben wir die Knoblauch-Kaper-Mayo. Kräftig, gut. Na, die schmeckt sehr gut. Wunderbar. Und Spinatsalat. Schönes Dressing. Säure. Wunderbar. Sehr schön gemacht. Applaus Auch wenn das jetzt hier ein bisschen wüst aussieht, so wie ich das hier jetzt zerteilt habe. Hat man richtig rumgematscht ja auf dem Teller. Aber in Gesamtkombination. Sehr gut. Wunderbar. Ne, wirklich gut. Perfekt. Sehr schön. Applaus Jo. Das größte hebe ich mir mal zum Schluss auf. Das ist mal eine Portion, ne? Also. Da haben wir Rotbarsch mit knuspriger Tomatenkruste und Kartoffel-Karottenstampf. Was ist das hier? Das ist noch so eine Zitrone. Ein bisschen angeröstet. Okay. Gucken wir mal. Und hier haben wir den Rotbarsch mit der Kruste. Die Kruste sieht man hier. Das sind jetzt so getrocknete Tomate ist da drin. Die ist schon ganz schön bröselig. Und dann drunter haben wir den Fisch. Der ist auch glasig. Das ist wunderbar. Das ist gut gegart. Ja. Schön. Sehr schön. Die Kruste ist intensiv durch diese getrockneten Tomaten. Das intensiviert das natürlich nochmal. Da hat man ein bisschen frische Tomatkonkasse oder Tomatenwürfel ein bisschen mit Haut reingeschnitten. Da ist auch schon eine Menge Kruste drauf, ne? Auf dem Fisch. Also das Verhältnis so Kruste-Fisch ist eigentlich eins zu eins, ne? Und eigentlich möchte ich mehr Fisch haben als Kruste. Der Fisch ist gut gegart. Der Fisch ist gut gegart. Die Kruste hätte ich ein bisschen dünner drauf gemacht. Also echt schon massig, ne? So, jetzt brauchen wir mal einen Kartoffel-Karottenstampf. Das ist halt ein Krustenbraten vom Fisch. Das ist ja wirklich ein Krustenbraten, ne? Also, der Kartoffel-Karottenstampf ist ja lecker. Gut abgeschmeckt. Schön. Auch nett garniert hier mit den Staunensellerie-Blättchen noch drin. Das sieht gut aus. So. Angehörste Zitrone machen wir nochmal hier drüber. So. Hm. Das ist gut gemacht, keine Frage. Was mir hierbei jetzt noch ein bisschen fehlt, ist es noch eine verbindende Soße. Ja? Weil ich habe eine Menge Kruste und die Kruste ist trocken. Die ist wirklich trocken, ne? Die ist nicht saftig, die ist trocken. Und wenn ich halt so viel Kruste habe, brauche ich irgendwas Subschiges, irgendwas Süffiges, ja? Damit ich die Kruste halt schön, damit die geschmeidig ist oder irgendwie ein bisschen Soße. Das wäre bei dem Teller sehr schön gewesen, das vermisse ich so ein bisschen. Aber ansonsten, gut gegart der Fisch, tipptopp und sehr schmackhaft. Wunderbar. Also, für mich heute die Nummer eins und für mich auch echt eine Überraschung. Weil als ich das gelesen habe, dachte ich, wenn das mal was wird. Aber es wurde phänomenal. Deshalb. Kabio Küchlein ist weiter. Jetzt müsste ich mich zwischen den beiden Gerichten entscheiden und das ist echt schwer. Weil hier war bei dem Teller der Queller, da darf man es unten nicht nehmen, weil das ist zu fest. Ja, da habe ich wie so ein, wie so ein, oh, das ist auch noch so ein Riesenstück hier. Weil das, ich darf nur die obersten Spitzen nehmen, die darf ich nehmen. Die kann man super essen, aber das untere, das ist fest und hart. Der Fisch war sehr gut gegart, war toll gewürzt. Das Vanille-Kartoffel-Büree, sehr gut, vielleicht eine Prise Salz. Toll, ganz toll, hier die Soße. Hierbei Fisch auch gut gegart. Ganz schöne Portion und ein bisschen viel Kruste, die dann auch ein bisschen trocken ist, da habe ich die Soße vermisst. Und ich persönlich bin Soßen-Fan, es tut mir leid für den Kandidaten, aber für mich ist heute Adlerfisch weiter. Wow, spannende Entscheidung, Madeleine. Nicht zu traurig sein, hast du es hier ganz toll runtergerockt. Schön, dass du dabei warst und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen beim Finale dabei sind. Ihr Nils Müller, tschau tschau.